Oskar-Reifer-Jubel in Haldenwang. Bereits zum vierten Mal hat das schwäbische Unternehmen Allgäu-Batterie den Great Place to Work Award gewonnen. In der Kategorie Bayerns beste Arbeitgeber. Wir werden immer gefragt, was würdet ihr euch dazu wünschen? Oder hat jemand einen Vorschlag von vornherein? Und das ist echt toll, doch das macht Spaß. Wir haben unter anderem auch eine Tankkarte, können wir uns aussuchen. Wir können uns für das Fitnessstudio anmelden. Wir haben eine Müsli-Bar, wir haben Essen und Trinken immer mit dabei. Und seit neuestem haben wir draußen auch Hochbeete stehen, die jetzt bepflanzt sind, die wir nutzen dürfen. Insgesamt arbeiten 50 Mitarbeiter am Standort im Allgäu. Das Familienunternehmen bietet Lösungen für verschiedene industrielle Batterieanwendungen an. Zum Beispiel für Gabelstapler, fahrerlose Transportsysteme oder Notstromversorgung. Für uns ist Unternehmenskultur eine Haltung. Die sieht man zum Beispiel sehr gut daran, dass wir keine Stellenbeschreibungen haben, die in Stein gemeißelt sind. Sondern wir richten immer das Tätigkeitsgebiet von den Mitarbeitenden nach dessen Fähigkeiten und nach dessen Vorlieben aus. Das führt dazu, dass Mitarbeitende teilweise zwei, drei verschiedene Positionen bei uns hier im Unternehmen bekleiden, bis sie dann mal dort ankommen, wo sie sich wohlfühlen. Great Place to Work untersucht Arbeitsplatzkultur auf Grundlage anonymer Mitarbeiterbetragungen und analysiert Personalmaßnahmen. Preisträger können mit folgenden Aspekten punkten. Weniger Krankentage, weniger Fluktuation, höhere Bewerberquote, höhere Umsatzentwicklung. Ich denke, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass diese unternehmenskulturellen Aspekte bei einem Kunden über einen Auftrag oder nicht entscheiden. Aber die Langfristigkeit von Partnerschaften wird dadurch begünstigt. Eine Besonderheit bei den Allgäuern, Job-Hopping. Wir ermöglichen es den Mitarbeitern, einmal im Jahr über die Schultern von einem anderen Kollegen oder einer Kollegin zu blicken. Und dadurch soll die Akzeptanz für die Tätigkeit des anderen gesteigert werden. Ein Highlight ist auch das gemeinsame Mittagessen. Dabei sitzen auch die Chefs mit am Tisch. Das kommt bei der Belegschaft gut an. Wir reden viel miteinander und wir trinken einen Kaffee zwischendurch miteinander. Also das finde ich sehr gut. Was mir besonders gefällt, das Verhältnis ist total auf Augenhöhe. Ich kann mit meinen Chefs ganz normal sprechen, wie mit meinen anderen Kollegen auch. Das familiäre Miteinander kommt nicht von ungefähr. Die beiden Chefs sind Brüder, führen das Unternehmen gemeinsam. Ihr Führungsstil ist offen, modern, auch in Bezug auf die Mitarbeiter. Wir geben sehr viel Mitgestaltung, Spielraum und auch Entscheidungsfreiheit. Ich bin ganz froh, wenn sie sich mal ausprobieren und dann auch mal scheitern von mir aus und dann aber die richtigen Schlüsse draus ziehen. Weil nur so entsteht Entwicklung. Kleine Auszeit in der Relax-Zone. In Haldenwang wird viel für die Mitarbeiter getan. Mit Erfolg.